Das hier ist der Hauptpflegesaal. Die Temperatur hier beträgt 30,4 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit 82%. Diese Gleichmäßigkeit reduziert beim Patienten den Wärmeverlust und den Kalorienverbrauch. Es existiert ein niedriger ultravioletter bakteriostatischer Fluss. Und um Hundliegen zu vermeiden, werden die Patienten in dieser zweckmäßigen Konstruktion gelagert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kontakte sind nicht nötig. Jeder einzelne unserer Patienten wird individuell durch einen Computer beobachtet. Eine eingebaute Telemetrie registriert Gewicht, Flüssigkeitsausgleich, Blutdruck, Blutgase, Temperatur und Stoffwechsel. Der Computer bewirkt eine sofortige Anpassung bei jeder Zustandsänderung. Das hier ist also eine sehr gute Anpassung von Neckh rendet. Der Computer beobachtet werden, als er die kleine Anpassung des ZDF für funk, 2017 auf die Autopad ist ein wenig wichtiger Punkt für das Schuss. Der Computer beobachten Sie, mit dem Detail die Anpassung bei jeder Argentinienverbrauch. Die Anpassung des ZDF für funk, 2017 Die Anpassung des ZDF für funk, 2018 Die Anpassung des ZDF für funk, 2017 Der Betragung des ZDF für funk, 2017 Der Computer beobachten Sie, die Anpassung des ZDF für funk, 2018 Ein Beispiel. Wir produzieren zunächst mal simulierten Unterdruck durch direkte Kompression der Telemetrieeinheit. Der Computer erfasst das und nimmt sofort eine Angleichung vor. Es gibt manchmal kurze Programmverzögerungen, aber wie Sie sehen, hat der Computer den Patienten in die Trendelenburg-Lage gebracht und verabreicht kurzwirkende Gefäßverengungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann Ihnen versichern, dass wir hier selten eine Krise haben. Mit Hilfe der Technologie werden diese Patienten vorzüglich versorgt. Ohne diese Hilfe wären sie tot. Sie wären gewiss schon lange tot. Aber das Gesetz verlangt sie am Leben zu erhalten. Und hier haben wir die technologische Lösung. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, ist der Rundgang beendet.